ARD Text im Auftrag von Funk 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 Falscher Knopf? Falscher Knopf? Wie falscher Knopf, Alter! Das ist bei dir drauf, jetzt bist du richtig! Jetzt musst du nur noch den Eistauber rausholen. Die Zahl aus! Aha! Ja, aber wieso hab ich denn... Warum hat sich denn von Delta-Menü dann geöffnet? Hast du wahrscheinlich X gedrückt und nicht Y. Nein, ich hab Y gedrückt, dreimal. Ich rede jetzt von Super Nintendo-Steuerung, ne? Da sind die Knöpfe am Tag, sprichst das nicht. Nein, ich hab die aber so gestellt, wie sie oben Super Nintendo sind. Also ich hab X gedrückt. Anscheinend nicht. Nicht Y. Doch. Da hat's einen falschen Charakter ausgewählt. Nein, hat er auch nicht. Seh ich ja. Das seh ich ja. Warum gehst du denn wieder? Ey, warte mal eben, hier ist irgendwas grad ziemlich... Hast du die Steuerung bei dir? Ja, irgendwie stimmt hier irgendwas nicht, ja. Naja, weit werdet ihr wohl nicht zocken. Mikro ist ja um 8 wieder weg. Ich denke wir werden den Tempel hier machen, vielleicht noch bis zum nächsten laufen, dann muss man da wahrscheinlich schon Ende sein. So. Was mache ich denn jetzt hier noch? Ich brauche dringend mein Bettberad auf. Punkte. Ich fühle mich dir jetzt, weil ich auch warst du, weil ich ja auch mit den letzten Fähigkeiten meinst. Ah, okay. Meinst die, die extrem viele Punkte kosten, ne? Ja, genau. Ja, hab ich mir gestern angeguckt. WTF sind das für Fähigkeiten haben muss, haben muss. Warte mal. Die Klauen fehlen mehr. Mach dir zu ne Art, okay. Ja komm, lass mal wechseln. Find die eh scheiße. Ich glaub, die musstest du noch leveln, oder? Ich hab mir falsch knapp gedrückt. Warte mal, ich drück X, alter. Oder meine Steuerung hat sich verstellt. Warte mal, so. Drück X? Ob er nix geändert? Ähm. Da wollten wir jetzt gucken, Level, ne? Ja. Ja. Ja, du levelst die Klauen grad selber noch. Ah, ja. Ja, scheiße. Dann nehm ich die so. Wobei, ne, dann nehm ich eine andere auf in die Hand. Weil die Oma irgendwie ist. Mit der Lanze. Ach, ja mal gar keinen Schaden, ne? Ja. Dem Homo fährt. Hier müsste Schleim sein. Nein, der ist der anderen Seite. Au. Ich glaub, er ist tot. 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 Ja, hier mit diesem Kack. Ist analog, sie kannst du vergessen. Wow. Neuerkraut kannst du irgendwie... Oh, ich muss mich heilen, Alter. Ja, warte. Nimm die kleine. Lass mit der. Mach mit der Heilsaubern. Wir schau mal. Ja. Oh. 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 Das war's. Gut. Oh, fuck it. Bam. 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 weiter eine extreme nackere fangen ja Das ist hoffnungslos gestiegen, jawohl. Ich glaube, ich habe noch einen Ends gefällt mir einfach so. Äh, die Peitsche. Jetzt müsste ein schlechter Boss kommen. Ich glaube sonst hat man alle Waffen auf max gemacht schon ich weiß ja nicht mehr ja bis fertig 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 7 10 1 11 11 20 Das war's. und jetzt bitte bleibt halt, aber hier geht es nicht weiter ach, Rocky, alles klar oh klar, du wieder rückwärts aus ja sicher, Junge oh weh, oh weh das zahlt ja weh und tschüss, ich gehe erst schlagen, dann fragen, ne? was? erst schlagen, dann fragen und spende mal mit deinen Schneezaubern dazu Schneezauber erst zaubern egal, was, ne? ne, Frostwelle macht am meisten autsch machst du dann healen, oder was? äh, die hat keinen Mana mehr also wenn, dann müssen wir uns jetzt mit Dingen zahlen Bonbons ja ich verteile mal direkt die erste Gratisrunde Bonbons hier die ist fast tot da ist fast tot komm wieder raus da, komm und da ist doch was bei F KHAL bis classified die die d die 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 Nee he is nochmal. Oh... ...nice... Nein, nein, wir gehen! Okay, gestorben. Ich bin in den Orb, Junge. Euer Mutant ist tot. Vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss mich vor euch verneigen. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Jetzt mal auf zum Blutze rein. Können es uns mit seinen Doberkräften dienen? Aha, ich sehe eine gute Idee. Der Typ hat echt ne Wacke. Ich glaube, ich tu nichts taugen. Dann schließe ich jetzt eure Augen. Schub. Na nun, sobald mich ruft ein Vibe, bin ich zu allem bereit. Hat er denn mit mir für mich gemeint? Na man. Du Mädels Küstchen. Hockey schließt sich an. Die Liedel. Die Liedel. Die Liedel. Doch meiner, was ich da in der großen Bigbox habe. Auch zu meiner Seite. Super Nintendo. Über Emulator im Co-Ort mit Cloud. Ja klar. Klaus Kuhle. So waren früher die Rollenspiele. Da haben wir Spaß gemacht. Wie die Neuen. Wie die Neuen. Komm mal. Ich kann. Du kannst was? Du kannst was? Ich kann mich wieder erinnern. An alles. Kurwollsiebungen aus dem VR-Auszeitenwald. Na dann auf. Bring mich dort hin. Bitte. Sonst schreie ich ganz laut. Okay, okay, okay. Alles klar, dann raus hier. Eigentlich müsste ich doch mit dem Ding hier rauskommen. Jupp. Sorry, scheiße ansonsten. Erstmal aufzahlen. Eine Nacht kostet 50 Gold. Nichts. Haben wir gemacht. Dum 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 dum. So ein Aksorb hatten wir, oder? Wir wollen ihn direkt mal oben. Immer, Junge. Welche Woche soll er erneut werden? Äh, das XG. Da hast du ja direkt ne Hand. Kannst du direkt. Auslegen. Jetzt müssen wir nach Pandora, oder? Ja, es zeigt mir. Viktoria helfen. Ich habe noch Schneewaffen. Ich habe diesen Zauber-Effekt. Ich hab mich noch nie. Ein bisschen geil. Besser. Besser. aber da oben müsste eigentlich so ein Kanoni-Reisebüro sein, äh. Rechts dann. Einflugweise, Wasserhäusen, Pandoria. Let's go. Pandoria, Mialen, Dabchan. Boah, recht, halt. Das war damals so episch, ey. Wauw. Wollen wir schon später. Die Map düsen können und so. Mit dem kleinen Dragon. Mit Lufti. Was nennen wir den überhaupt? Den können wir nicht benennen, der heißt Lufti. I got a message, you got a message. Bam. Erstmal einkaufen, ich weiß, da gibt's irgendwo noch einen Rüstungsladen. Hm. Ich kann nicht. Oh! Er hat gar ne Message. Wollen wir noch mal da einkaufsladen. Was ist das? Da hinten. Sicher? Ich weiß nicht mehr. Ah! Wollen wir mal neuer Rüstung gucken hier. Endlich erkunden, es holt immer Zeit. Ach toll. Was ist schlechter als der Kram nebenher? Ach, ich hab mal neue Dings kaufen können, oder? Ja. Bonbons und... ...ja, Belebungstränke. Scher. Ja. Alles klar, aber... Noch etwas? Ne, auf Wiedersehen. Ich meine, hier gab's irgendwo so'n Extraladen nur für Rüstung. Also. ... und der verkauft nicht. Goddammit! Ja, ne? Wir sind doch eigentlich verbannt. Nee, nicht aus dem Dorf. Das ist ein anderes Dorf. Wir sind aus dem Quelldorfverband. Ach ja, im Quelldorf, genau. Gehen wir mal zum König, gucken wir mal, ob der von uns würde. ... Na so n es ist der Gelldorf. Oh je, Mine, mein Volk ist verzaubert worden. Warum passiert das mir? Ich bin so frustriert. Ich muss in meinem Bett. Lass mich allein. Er will gar nichts von uns. Okay. Ich will schlafen gehen mit seinen Rollen. Ja, wird. Dann gehen wir erstmal das Volk retten und dann gucken wir weiter. So, um da reinzukommen, mussten wir erstmal Heidi finden. Heidi stand, glaube ich, irgendwo mitten im Handoria rum. Jetzt sind die Berge. Bitte nicht. Wo ist sie denn? Die blauhaarige Kleine. Vergesst du mal, dass ich nicht in eine andere Richtung gehen kann. Hier ist sie nicht. Da ist sie noch. Da ist sie. Hallo, Heidi, ist in Ordnung? Schwupp. Och, sie ist weg. Vorher nochmal pennen und aufladen. Kommen wir doch gerade. Nee. Ich meine, oder ist sie voll? Nee, die hat schon MP verbraucht. Mann, der Tempel unten ist echt miese Scheiße. Koboldin. Passt. So wie die schläft, ey. Spiel schon speichern, natürlich. tooыми. Vielen Dank. Tja.